Zeit an die Arbeit zu gehen, Fischer. Fassen wir zusammen. Keine Verletzten. Die NSA operiert nicht innerhalb der USA. Wir spionieren nicht die eigenen Leute aus. Bin gar nicht hier. Genau. Du bist für uns nicht existent, bis deine Mission beendet ist. Wir haben den Timer auf deinem Opset mit einer Pause der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Du hast nur begrenzte Zeit zum Zutritt. Ja, und damit wir kommen zu einer neuen Mission zu Splinter Cell. Ich habe mich hier schon ein paar Mal versucht an dem Teil hier. Komme aber auch nicht weiter. Ah, cool. So, sind wir doch drinnen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin gar nicht hier. Wir haben nicht mal eine Knarre bei, war. Krass. Ja, wir dürfen ja auch kein Umbringer. War wohl doch nichts. Haut der denn mal ab? Ja. Ja. So, muss man mal gucken. Geht er ist weg. Ich höre eine Kamera. Da ist er. Äh. Okay. Okay. Wer sind sie? Niemand. Ja. So. Den packen wir mal in die Ecke. So. So. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir an der Kamera da vorbeikommen. Da hätte ich noch ja keine Ahnung. Wir müssen da rüber, denke ich. Wir müssen da in die dunkle Ecke. Wir speichern mal ab. Vorsichtshalber. Das sieht groß. Wir haben hier einen Eindringling. Ne, hab da nicht. Kommt hier. Bewegung, Bewegung. Agent meldet bewaffneten Eindringling. Gut, dass wir abgespeichert haben. Wo kam der denn her? Aber wir müssen doch da hoch. Also da. Hm. Jetzt war er weg. Eindringling. Los, aus dem Weg. Dann ist er wieder da. Hä? Vorsicht. Achtung. Bewaffneter Eindringling. Wir werden sie schon kriegen. Bestimmt. Er sieht mich natürlich im Dunkeln. Hä? Hä? Wir haben Störungen. Es scheint Überlagerungen zu geben. Wechseln wir auf Kanal 14. Okay. 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 Schön leise sein. Schön leise sein und mitkommen. Eieieiei. Eieieiei. So. Hatten wir so schön in seiner Tasche drin? USB-Stick. So. Hier unter der Treppe. Wurden keiner finden. Alter, dass wir keine Knarre beihaben. Das ist echt hart. Können wir keine Lampen ausschießen. Nix nada. Klo. Speichern. So. Oh. Oh. Gute Frage, ob der jetzt wiederkommt. Gute Frage, ob der jetzt wiederkommt. Sieht aus wie die Haupthalle. Ich vermute mal, dass der hier Patrouille läuft. Sicher bin ich mir da aber nicht. Deshalb werden wir hier mal speichern. Okay, da hinten ist eine Kamera. Und hier ist alles voll. Mit Metalldetektoren. Ich glaube, das ist hier nicht richtig, wa? Mal gucken, ob wir an der Kamera irgendwie vorbeikommen. Hm. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. man ich weiß nicht, wo ich hin muss da hinten stehen auch welche ich bin hier mit Officer Wake ja, das ist Doppelbandon können wir ein Ersatzfunkgerät bekommen Tja, wenn ich wenigstens wüsste, wo ich hin muss aber da hab ich ja so, ja, keine Ahnung und der Wachmann, der geht mir ganz schön auf der auf dem Kranz und der bewegt sich auch recht schnell der bleibt nirgendwo stehen, also ja was ist mit den Typen da, das ist auch unklar da komm ich ja nie dran vorbei was haben wir denn an Ausrüstung die kann man doch irgendwie gar nicht benutzen muss man speichern wahrscheinlich braucht man dafür ne Waffe für den Taser das ist wie so ein Aufsatz hier war da eben noch was ich muss jetzt hier ein bisschen joggen weil das scheint hier ein bisschen ich würde gerne das Objekt benutzen wir haben Störungen es scheint Überlagerungen zu geben wer ist da? zeigen sie sich das ist Oh Mann Das heißt auf jeden Fall, dass wir den Wachmunder ausschalten müssen Irgendwie Mann, Mann, Mann Das ist ja ätzend Wir haben hier einen Eindringling Scheiße Nun komm Du kannst mich nicht sehen, also hör auf Hallo Wer sind sie? So, mal gucken, was passiert, wenn wir hier stehen bleiben So Na, lieber Ein bisschen besser verstecken den Kollegen hier So, das war Nummer 1 Speichern Ach, wie zu guten alten Zeiten war Okay Sag Hendrix, dass er heute keine Zeit für einen Anwesen hat Aber der Lass Wir gehen direkt auf die Tür Wir haben Störungen Es scheint Überlagerungen zu geben Wechseln wir auf Kanal 14 man kann auch nicht schmeißen oder zielen oder so das ist ein bisschen doof jetzt sind sie wieder alarmiert das ist doof okay der ist weg rennt ihr jetzt hin mädels vielleicht vielleicht auch nicht hallo jetzt kommt wieder bloß einer mal was ist denn das von der kacke hallo wo gehen die denn immer hin das ist ja immer random hier tja da bringt mir der typ ja nichts ich bin wohl paranoid ist da jemand hätte nun kommen 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 machen die denn da jetzt macht ihr da die tür auf oder wird obwohl dunkle ecke dunkle ecke dunkle ecke ausschalten so speichern ich sollte mehr schlafen ja die frage ist jetzt gehen wir jetzt darin oder gehen wir jetzt hier durch das das